Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 und zu einem weiteren Tutorial. Und zwar geht es heute um das Krähnest, besser gesagt um den Krähnhändler. Ich habe euch ja versprochen, dass ich mich da noch ein bisschen reinarbeiten werde und mich ein bisschen schlau machen werde. Was denn hier so alles gibt bei diesem Krähnhändler. Und ich habe ein paar coole Sachen rausgefunden, aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und zwar habe ich hier eine Möglichkeit gefunden, eine Titanitscholle zu kriegen. Die gibt es ja nicht so oft im Spiel und die Titanitscholle braucht ihr, um eure Waffe auf dem Plus-C-Level zu bringen. Genau, das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Und zwar braucht ihr dafür ein sogenanntes Fragment des gewundenen Schwertes. Das findet ihr in dem dunklen Schrein nach dem Boss Gündür, genau in der Mitte von dem Raum. Sieht genauso aus praktisch wie der Feuerbahnschrein, nur halt die dunkle Ausführung. Genau, das nehmen wir jetzt her und tun jetzt mal ablegen. Okay. Und dann schauen wir mal, was das zu sagen hat. Herbeirufen, Gegenstand nehmen und da sie her, eine Titanitscholle. Also ihr bekommt die Geste herbeirufen, falls euch die noch fehlt und eine Titanitscholle auf jeden Fall. Genau. Dann habe ich mich noch ein bisschen weiter reingelesen und ich habe euch jetzt mal die gesamte Liste, was ihr hier tauschen könnt, hänge ich euch an dem Video hinten mit dran, also einfach anschauen. Und ganz wichtig, man kann jedes Item nur einmal pro Durchgang tauschen. Also ihr könnt jetzt da nicht irgendwie fünf glitzernde Köpfe reinlegen und da immer wieder was bekommen. Nee, es geht nur pro Item einmal pro Durchlauf. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr noch dran bleibt und euch noch die Liste anschließend anschaut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und dann, dass ihr auch nichts mehr verpasst, weil ich werde noch mehrere Tutorials machen und auch Let's Plays. Genau. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao, euer Andi. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.